Hey und herzliche Willkommen! Ich möchte euch jetzt zeigen, was es mit diesem komischen Buch ganz oben rechts in meiner Buff-Leiste auf sich hat. Und nein, ihr könnt nicht sehen, ob euer Gegner diesen Buff hat oder nicht, weil er nicht angezeigt wird. Ich nehme jetzt als Beispiel, Hune hat definitiv den Buff oder nicht. Laut Anzeige. Was hat es jetzt damit auf sich? Ihr könnt hier lesen, das ist die Transformations-Commeral, das ist irgendwas, was mit Transformation zusammenhängt. Ihr könnt nämlich, wenn ihr hier unten auf Menü oder auf Transformationen geht, seht ihr, es gibt einen neuen Reiter-Kollektion. Ihr seht, ich besitze eine, ich habe einen Fortschritt von 1 von 28. So. Ihr könnt hier Buffs kriegen. Ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich alle 18 normale besitze, den Buff, dass ich 108 ausweichen habe. Würde ich jetzt hier diesen anderen Hund da besitzen, würde ich, äh, Hasen besitzen, würde ich Parry kriegen. Aber mir fehlen dann immer mal wieder so Einzelne und deswegen habe ich diesen Buff nicht. Wenn ich die habe, habe ich den Buff. Aber, ganz großes Aber, ihr könnt immer nur einen aktiv haben. Das heißt, hätte ich jetzt Kaisenel und hätte ich Veda und hätte ich Weile und Mastarius und, äh, Darkfield Warden und Lightfield Warden, dann könnte ich hier unten den aktivieren. Und bevor jetzt alle physischen schreien, hey, das ist doch total unfair. Werte physische, ihr habt dort Crit Strike stehen, also das physische Äquivalent zu Crit Spell. Ihr müsst ein bisschen schauen, manchmal sind halt die Werte für physische anders. Also nur, weil ich hier jetzt runtergescrollt habe, heißt es nicht, dass es für euch auch so steht. Ich gehe jetzt zum Beispiel stark davon aus, dass hier vorne bei euch Physical Attack steht. Müsst ihr mal kurz durchblättern. Auf jeden Fall könnt ihr die dann aktivieren oder auch nicht aktivieren. Ich habe es nicht aktiviert, bei uns, bei mir ist es gerade weg. Jetzt habe ich es wieder aktiviert. Und hier stehen all die, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Gut, was bei mir wirklich sehr viele sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Transformation neu bekommt, ja, wenn ich mir jetzt, wenn ich ihn bekommen würde, würde es sehr sinnvoll sein, wenn ich nachschaue, ob ich hier jetzt einen besseren Buff deswegen kriege. Ja, das ist eine interessante Sache, die ihr einfach nebenbei aktiviert haben könnt, wo ich aber auch nicht viel mehr zu sagen soll, sondern das ist einfach nur ein Buff dafür, dass ihr Transformationen gesammelt habt, dass ihr sie verschiedene besitzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, das mit Kaisina ist ein bisschen OP, aber Kaisina selbst ist schon sehr OP. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, einmal findet ihr unten in der Beschreibung die zwei bisher gemachten Videos. Die gingen einmal um legendäre Verwandlungsschriftrollen, die ihr kriegen könnt aktuell im Spiel und darum, dass ihr euch den Deva-Skill machen könnt. Und wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt das unten in die Kommentare. Dann nehme ich die auf. Bis denn. Bis denn.